Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MySummerCar, wo wir immer noch kurz vorm Verrecken sind. Hunger, Durst, Schmutzigkeit, aber das ist ja eigentlich egal. Ich habe viele Kommentare gekriegt und zwar, boxt die Scheibe ein, aber ey. Uh, Alter. Ja, Huggy, 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 Huggy. Ich komme da aber nicht rein, Junge. Errungenschaft sogar. Oh, fuck, ey. Ich komme da aber nicht rein. Ja, nimm mir die Dings weg und boxt die noch mal. Ey, warte, da kann ich gerade irgendwas kaufen, aber ich muss es ja von ihm abholen. Bier, Bier, so kurz. Was? Was? Hä, immer will ich... Milch, Milch! Auf die Kasse. Kann ich mittlerweile rein, oder was? Ja, hier. Oh, die Scheibe war echt teuer, ey. Ja, wo ist denn jetzt meine Milch zu Spaß, ey? Ja, sie war nur so, koko. Oh, hier, Alter, Bier. Oh, hier, Alter, Bier. Mit mir, ich muss es in der 20-luvunluppukuojala. No, no. No, no. Ei, ei, es muss nicht, dass ich es nicht verraten kann, dass ich es nicht verraten kann. Ey, ich kratze ab, nur wegen so'n Affengesicht, ey. Das ist doch nicht normal. Mach doch einfach den Kühlschrank auf und sauf irgendwas. Kann er auch nicht. Ey, nicht dein Ernst. Kannst du hier einen Zapfhahn hängen irgendwo? Da steht noch Buddel. Kann er auch nicht nehmen. Ey, ist nicht sein Ernst, ne? Jetzt bin ich hier durchs Dach gebackt, ey. Das ist echt, das ist kollegial, weißt du? Das ist super, Alter. Ich weiß nicht, wie man das Bier wieder weglegen kann. 2.900 will er haben, 2.800 haben wir. Eben hatten wir schon 3.700. Also haben wir schon 900 bezahlt. Für was auch immer. Für zwei Milch oder so. Ey, jetzt steck hier Geld rein. Vielleicht gewinnen wir was. Ding, 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 ding. Komm, komm. Ach, halt die Fresse. Nochmal, wie oft haben wir ja noch? Zehn Stück. Ja, Jackpot. Und jetzt? Hier rauf, oder was? Das ist doch kein Jackpot. Das ist Klimpergeld hier. Kriegen wir das noch nicht mal, oder was? Wo ist das denn? Wir brauchen hier Biergeld, Jungs. Oh, Mann, ey. Ja, thanks, give me all the money. Give me all the money. Give me noch mehr. Ey, wie kriegen wir das wieder da raus, Jung? Wir kriegen jetzt nicht mal unser Geld hier. Was ist das denn für ein Automat, Alter? Und ich will mein Geld, Jungs. Ach, leck mich doch am Arsch. Ey, gib mir doch bitte jetzt ein Bier, oder irgendwas. Was? Huren. Ja, hier sind meine Pakete. Wow. Zwei Stück? Euer Ernst? Ach komm, ich werde sowieso auf dem Weg nach Hause abkratzen. Ey, willst du mich verarschen? Alter. Äh, das fühl ich jetzt ein bisschen kacke, Alter. Weißt du? Dass du die Scheibe bezahlen musst, das sehe ich ja irgendwo vielleicht sogar noch ein, ey. Aber dass du mir jetzt das Zeug nicht geben willst, das finde ich richtig hart, ey. Und das wird auch nie wieder gelöscht, oder was? Ja, nein. Ich meine, nein, du bist gar nicht verarschen, oder es ist gar nicht verarschen, oder es ist gar nicht verarschen. Oh, Mann, Alter. Wie viel, du? Ich meine, nein, du bist gar nicht verarschen, oder es ist gar nicht verarschen, oder es ist gar nicht verarschen. Wahrscheinlich würde ich den Spitzstand hier noch... Ja, das war's. Hab mir aber gedacht, ey. Danke Bastard ey Ey Nochmal von vorne Diesmal ohne Scheibe einboxen Weil anscheinend hat der ja Ziemlich schnell aufgemacht danach Bis gleich Und da bin ich wieder Ey ganz ehrlich Entschuldigung dass die Folge heute so spät rausgekommen ist Weil ich bin heute eh schon spät dran Und jetzt gleich Muss ich die beiden Dinger noch zusammenrendern Ha Geht instant auf 3,7 haben wir Du scheiße Die Bohnenfresse Wo hast du die Orangensaft man Was hat der Musi zu mir gesagt Der hat der Juice gehabt Juice Juice It's work from a nois Ah Mach das auf man Mach das auf Ich will das instant auf Jungs Oh alter gut Und du Habe ich immer noch total viel Durst Ich glaube das nicht Muss ich eine Kiste Bier kaufen Wir haben so viel Bier zu Hause Ich weiß wieder nicht so auf den Boden Du Vollhort Hier stehe ich auf dem Gesen Mach näher den Scheiß Alter Schwede ey Und du wolltest mich eben abkratzen lassen Ne? Wichser Bierkopp Alter Noch mal ein Kein Ding Ey was für Leute hier echt Bam So fällt dir das? Den ganzen Tag mal Mein Gott ey Heftiger Typ Hier da hinten Einen Häufst du den Laden nie auf? Einer geht noch für Wehe Ich weiß wieder hinten in seine Absteckkammer Das meinen wir Danke Das muss ich auch noch voll uriniert Ey krass man kann sogar saufen Da kann es auch gleichzeitig noch pinkeln Mann 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 Eigentlich muss ich in seinen Laden pissen Hier Oder zum Beispiel an seinen Laden Heftig 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 So Die Tür auch noch schön voll machen Mann 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 Ein bisschen angeduselt Oh Oh So rum Soll er doch nicht So In dem Mal schon gleich raus Mit tanken noch voll Das bezahlen wir aber nicht Ey Das Ding ist Wir mussten die 800 Ocken Halt für Für die Lieferung bezahlt Das hatte ich vorhin nicht gesehen 98 Oktan Ja Ja Jetzt muss das Ding bloß stehen Durch das ganze Bier Sind wir halt ein bisschen angeduselt Unsere Pakete Die nehmen wir natürlich auch mit Ich weiß gar nicht was wir da überhaupt noch mal eingekauft haben Ey Aber es stimmt auf jeden Fall nur billig scheiß Für 800 Wir haben ja auch eben kein Geld Ist schon voll Drop den Noddle Hört sich nicht so an als wenn was drin ist Aber okay Mal gucken ob er irgendwas haben will Dann müssen wir wieder getankt haben Na willst du irgendwas haben 12 38 Dein Ernst Also Benzin ist so günstig Aber eine Kiste Bier kostet 150 Was geht bei denen denn alter Ja da will ich ja nicht leben Der Mensch hat einen viel höheren Verbrauch als ein Auto Ja mach die Tür Ist die da auf Kannst schon mal die Handbremse lösen Oh der glüht immer noch vor Oh das ist ein Diesel Wenn man ein gutes Döcker in Benzin reingeknackt hat Hehehe So Tür zu Radio an Oh alle Driving Mode Ach hab ich schade ich schon Okay Gleich mal den zweiten schalten Und Und Auf nach To Hussein Okay Wir sind schmutzig Hab ich auch wieder neue Kommentare gehabt Ich soll hier auf die Bank setzen Echt nur einmal auf Das machen Und auf die Bank setzen Und warten Einmal warten Das soll wohl ganz gut funktionieren Werden wir auch mal machen Oh die bist jetzt schon Ich bewege die Maus übrigens nicht Das macht davon allein Aber das kriegen wir hin Mit fünf Bier im Kopf fahren Kein Problem Oh Base machine Hammer hard Ich werde die Folge heute ein bisschen kürzer halten Damit das Hochladenweg nicht ganz so lange dauert Ich habe auch noch so eine Bambusleitung Na hier Äh Naja Wenn ihr das hört von mir Ist sie ja schon da Scheiße ey Hoffentlich dauert das Rändern nicht so lange Ich bin mir echt weit So ein LKW will ich haben Und damit das Bier abholt Aber ich will das nicht bezahlen Oh 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 Ich habe gerade mal versucht So das Ding eine Handbremse hat Aber Der zweite Gang wird sie wohl schaffen Egal Aber anscheinend habe ich in Finnland mit Band Alter Hab ich nicht gedacht Ich bin natürlich den schweren Weg gefahren Fällt mir jetzt gerade mal so auf Und das wird hier in Schäde Ich will erstmal bremsen Wir wissen ja nicht was uns hier hinter erwartet Vielleicht steht da Wolf auf der Straße Oder was Müde ist er auch schon wieder Ultra Kein Wunder Ist er auch einmal gestorben Ich bin nicht mehr ganz so ängstlich bei den Fahrten Allerdings sollte ich das sein Geil Oh Mann Oh was Ist du tot? Bist du tot? Nee oder? Hast du Blut? Aua Da lief was auf mein Schoß Oh nein Meine Beine sind gesplittert Alter was macht Oh Mann Oh Baum Ich hab einen Baum im Auto Du rüllst dich da raus Du rüllst dich da raus Ja 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 Schaffst du Gib ihm Vollstoff Brumm 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 Oh Bremse Alter Wo bin ich denn hier gelandet? Oh draußen ey Oh Mann Aller Schmeiß das weg Oh Mann Ey Jetzt hab ich tatsächlich doch wieder Angst Ist der Baum noch dabei? Ey Aller Haben wir unsere Sachen noch? Oh nein Alter Hä? Ist alles rausgefallen oder was? Mach doch mal die Handbremse fest da Oh nee Ist noch alles drin Huiuiui Ja Windschutzscheiben wird mir die Sucht völlig überbewertet Wenn man so ne geile Mucke hat Will man ja auch dass jeder das hört Außer ich finde ich Ey die Optik ist viel besser Wenn die Schürze geht Oh Mann ey Das Autofahren ey Aber jetzt ist der Tank schon wieder heiß leer Wenn wir zu Hause sind Na egal Bis zum Laden Komm nochmal Ich glaube mir das nächste Mal wieder voll Mann Oh Meter Ich sehe es jetzt Oh was ey Ist schon Ist schon 20 von 9 ey Und um 9 sollen voll geil raus Gut Das schafft er niemals Also Es wird wahrscheinlich halb 11 werden Nur wegen den scheiß Rändern Aber wir müssen gleich Ach nein Wir haben noch eine Kreuzung vor uns oder Oh ich denke die ganze Wir sind gleich zu Hause ey Scheiße ey Aber jetzt ist es mir nicht tot Oh Mann Das hat ja nichts mehr Erstaunlich mal so ein Offroad Package Und sein scheiß Ruf hier reinbaut ne Mann Oh nee Ich fahr schon nur zwei die Gange Das ist das für die Kohlstraße Boah Bremst lieber ey Und lenken Lenken Ich bremst doch schon lange gar nicht mehr Oh Wo ist jetzt die Költe Hab ich sie lieber fahren oder was Bist du Oh Oh Ich bin schon wieder gesund Ey Lenk doch mal Oh Alter Ey Das ist ja schlimmer Ich würde Ich würde den Schrotthandel aufmachen Und nicht den Kacke Handel Weißt du Und dann würde ich mit dem Schrott Den ich einsammle Ein Schienensystem bauen Von mir bis zum Laden Und dann würde ich einfach auf plane drücken und zack bist du da Mann Mann Mäder Ja, willkommen, ich bin zuversichtlich, bis jetzt haben wir es noch, immer geschafft ist ja auch schon fast hier los, wir sind ein bisschen, aber wir haben es schon öfters mal geschafft, dann ist es gut, oder? So, und gleich sind wir noch zwei, drei Hügel noch, hier, das ist der erste gewesen, zack, runter, das ist der nächste hier, zack, hoch, zack, runter, und hier noch die letzte, zack, hoch, zack, runter, und dann noch die Kurve. Ach fuck, man, das ist immer noch lange nicht zu Ende. Ey, komm, da, da sind wir zu Hause, oder? Du willst die Teile noch auspacken, bevor ich jetzt losmache. Ja, hier ist Therese. Mit uns die ganzen Automobilen. Mann, oh meh, da, macht fester, mach aus hier. Ja, hier macht die Kirchenmucke aus. Oh, aussteigen, ey, sind schon die Beine zerknittert, Alter. Jetzt haben wir schon zwei Scheiben weniger. Oh, Mann. Ja, ey. Lass mich doch mal rein da jetzt. Da. Und den anderen weg auch noch. Jo. Oh, der Tröte. Oh, ho, 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 der Tröte. Ein Racing-Muffler. Jo, das ist schon aufgeräumt. Oh, krass. Oh, meine Frau wohl da. Und, und. Den packen wir noch aus. Da muss ich leider aufhören und anfangen zu rendern, damit ihr das vielleicht... Oh. Oh, Alter. Boxen. Ja, okay. Ich pack lieber auf den Tisch. Sonst verknittert die Kalorie. Ja, sehr geil. Dann können wir uns das Soundboard einbauen, anstatt die normale Hutablage. Dann kann man auch die geile Techno-Muffler laut hören. Das ist natürlich eine richtig geile Idee gewesen. Ja, aber zwei Sachen von den ganz vielen haben wir schon. Und es werden noch mehr dazu kommen, wenn unser Konto bald mal wieder glatt gebügelt wird. Ey, ich hoffe, das schaffen wir in der nächsten Folge vielleicht. Obwohl, nee, da wollen wir erstmal wieder schrauben. Vielleicht zum Beispiel die Hutablage einbauen. Mit den neuen Boxen, die wir heute erworben haben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Entschuldige mich nochmal, dass es zu spät geworden ist. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Ist ja jetzt Wochenende. Schönes Wochenende. Ich bin raus. Ciao.